Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Am Abgrund schlafen. Ja. Nein, du darfst nicht am Abgrund schlafen. Digga, habt ihr es jetzt? Digga, geht jetzt einfach schlafen. Ja. Sonst kommt mir schlecht zu eurem Haus hoch. Also, ich geh schlafen. Ich komm mal. Jetzt hab ich den Schwert in der Hand. Loll. So. Pennt. Oh, das ist auch erst halb alt. Was ist wieder am Morgen? Pennt. Nehmen wir nicht jetzt auf, nein. Doch, wir nehmen die halt weiter. Hey, du hast doch die Antwort auf die Tür. Na ja, stimmt. Ich dachte, das ist auch nur Probe. Nein, das war echt. Ach, geil. Alter, Kaffee-Dose möchte ich dir ein Bild senden. Ich blockiere den einfach gleich. Ich blockiere den einfach gleich. Ich blockiere den einfach gleich. Alter, ich guck hier nichts an. Sie nerven mich jetzt gerade nur in der Aufnahme. So. Zack, 20 Holzbretter. Zack, 20 Holzbretter. Zack, 20 Holzbretter. Äh, ein bisschen was. Habt ihr eigentlich auf Gumme HD Premium? Nein, du? Ja. Ja, ich hab Lifetime. Ey, weil ich zock immer Skyblock. Auf Gumme? Mhm. Skyblock? Ja, das ist für Premium. Was ist das für ein Weg, man? So ne spezielle Motiv. Ist der vor der Safe? Die Motiv kannst du nicht. Ich brauche Premium. Ich weiß. Du heilige Scheiße. Hä, wie, wie was? Es gibt Skyblock für Premium-User auf Gumme. Alter, als ob. Ich baue mal, hat da sogar einen eigenen Server. Hä, du holst von Creepernie. Okay. Ja, der Weg von hier, von Pixi, die ist total der Müll. Digga, wenn die jetzt nicht gleich aufrennen. Das geht nicht einfacher. Ey, wir müssen aber den... Wir müssen es in die andere Richtung wirklich bauen. Nein, nein, der geht jetzt ja in die andere Richtung. Folgt mir einfach. Der Weg ist besser. Ich baue mich jetzt gerade durch den Berg. Ich baue mir gerade einen Erdweg nach unten. Ja, aber wir können ja auch woanders hin bauen. Wir müssten ja nicht da hin bauen. Doch? Dann streiten sie jetzt einfach unten. Nein. Um einen Weg. Ja, weil da muss ja Schwupp sein. Die Schreibgruppe wird auch gestritten. Also passt alles. Ja, warum streiten die denn jetzt? Ja, die schreiten... Ich lese das die ganze Zeit oben in der Ecke. Das ist bei mir die ganze Zeit so aufgeploppt. Oh shit, Creep. Was denn? Was denn? Ich habe das alles. Weil wir einfach die ganze Zeit nur Erde von den Krampen haben. Da müssen wir aber den Weg, damit der Weg noch ein bisschen schmackhafter ist, müssen da eben was besonderes hinmachen, ja? Ja, zum Beispiel. Das ist der Weg zur Mine. Unten da, wo der Weg endet, ist die Mine, ja? Ja. Weil da können wir dann ein bisschen malen. Wir müssen den noch verschönern irgendwie mit... Oh! Ja. Was ist jetzt? Es muss alles gemacht werden. Ich habe noch 8 Kammer Fleisch. Nein! Ja, wir haben jetzt ein Feld mit Karotten hergemacht und mit Weizenkörnern, aber das braucht ein bisschen. Pixel, die kannst du mal ein bisschen Skelette und so weiter töten. Ich kann grad nicht. Ich bin grad am Weg bauen. Hast du vielleicht gemerkt? Ja, ja, ich weiß, aber... In der 1.9 backen die Server noch... In der 1.10, meine ich. Irgendwer ist mit was fett gesprungen. Gar nicht gut. Nee, ich, nee. Lass mich doch mal rum. Das ist eine Skype-Gruppe. Ich blockiere die gleich alle und darf die da raus. Welche Skype-Gruppe? Auch Hilfe. Ach ne, ich hab ja noch... Hier bin ich wieder. Hi. Da, 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 da. Glück auf habe ich bekommen, nice. Ich hab gerade verstanden. Schluck auf habe ich bekommen, nice. Was bist denn du jetzt hier? Hast nichts zu melden, Junge. Hast nichts zu melden. Erpiss dich aus meinem Leben. Ich sterben. Hey, du musst den Badesee mal hinbauen. Den Badesee? Kommst du mal? Ja, ja, der hat ja so einen kleinen See. Da kann er... Da geht eine Hülle rein, der See. Das ist total das Erlebnis. Das ist total das Erlebnis. Genau. Hey, du musst eine Wasserrutsche bauen. Verkiss dich, Junge. Hast du es nicht gecheckt? Dieser scheiß Zombie. Mann, Alter. Ich habe nichts zu essen. Vielleicht holt der Baum, den ich gerade kaputt gemacht. Ach nee, ist ja eine Birke. Da kommt kein Apfel raus. Irgendwie kommt die Frage... Ich baue die ganze Zeit runter. Ich habe das Gefühl... Janis, kannst du einmal kurz auf den Boden gehen und sagen, wie tief wir sind. Was soll ich machen? Denn ich bin jetzt schon bei 169. Ich habe mir jetzt schon 30 Blöcke runtergebaut. Was soll ich machen? Äh, uns Essen geben. Okay, komm zu mir. Janis, kannst du mir mal sagen, wie weit ich runter muss? Ich weiß nicht, wie weit du runter musst, Junge. Doch! Komm mal zu dir, ne? Glaubst du, dass ich tief genug bin? Ich habe ja gesagt, du solltest dich an der Klippe bauen, durch den Berg. Eigentlich solltest du dich ja hierher bauen. Wenn du gleich wieder an deiner... Ich weiß doch jetzt mal, wo ich bin! Du solltest dich hier runter bauen sollen, Mann. An deiner Station, da wo das Bett ist. Da hättest du dich runter bauen sollen. Dann hab ich doch versucht, aber da bauen wir uns jetzt nicht runter. Wir haben jetzt einen Weg. Oh, Mann. Den verdient... Wir machen erstmal eine Leiter in den Berg. Ich bin draußen. So, endlich. Boah, ich brauche was zu essen. Jetzt kommt hier schon irgendwo wieder so ein fucking Zombie. Ey, wir müssen, glaube ich, Skelette töten. Sonst funktioniert das hier nicht. Piss dich, Junge. Piss dich. Piss dich. Gesterben. Achso, du willst ja Wölfe haben unbedingt. Ne, ich will, äh, Boundmilch für unser Feld haben. Achso, ja, gut. Weil... Ich Hunger. Hast du, hä, wurde ich für deinen Hunger grad gestillt? Gar nicht. Ich hab einen wilde, satten Villager-Zombie töten. Hä? Wie denn? Hast du Villager, äh, Fleisch? Nö. Äh, Zombie-Flesh? Nö, nö, nö. Ich will einfach nur einen Zombie haben. Alter, lass mich mal in Ruhe, du blöder Zombie. Und da ist noch ein normaler Zombie. Die wollen mich doch wohl verarschen. Hier ist ein Wolf. Der ist wieder wahrscheinlich auch noch aggressiv auf mich. Und ich muss hier gegen drei Zombies töten. Einer davon Villager-Zombie. Nice. Und ich geh wieder in Marzine. Kriegmann für Wolf? Tschüss. Kein Bock mehr auf euch. Nein. Ciao. Bis bald mal. Bin jetzt weg. Kriegmann für... Nee. Alter, nee, brauche was zu essen. Brauche was zu essen? Alter. Ich muss jetzt erstmal Bäume suchen und essen. Ähm, kannst du uns was zu essen geben? Ja. Ist irgendwie... Ihr könnt euch, ähm, aus meiner Truhe, da ist ein bisschen Fleisch drin, da könnt ihr euch vier oder fünf rausnehmen. Wir sind schon relativ tief, Janis, ne? Ja. Was sag ich dir? Du wirst es sehen, wenn du versuchst, hier runterzukommen. Versuchst du schon runterzukommen? Digga, welchen Janis meinst du denn jetzt? Äh, ich meine... Joko. Ach, okay. Was ist denn noch? Ich hab keine Spitzsacke mehr. Ich muss wieder eine neue Spitz... Äh, wie kann ich zu dir kommen? Hast du einen Weg nach oben? Ich komm ja zu dir. Ich sterb vielleicht gleich. Digga, hier sind viele Kühe gerade. Also das ist eigentlich total komisch. Also hier unten gibt's eigentlich... Es gibt es total viele Wölfe. Das ist eigentlich schon der Traum von... Nein, wir haben schon übrigens... Äh... Aber es gibt keine... Joko, wir haben schon zwei Stacks Cobblestone, ne? Ja, okay. Kannst du mal, ähm, Cobblestone-Equip machen? Und bei mir in die Kiste bitte legen. Cobblestone-Equip? So eine Cobblestone-Equip? Wirst du dir gut? Nein, einfach nur ein Schwert, Pickaxe und so weiter. Ja, mach ich. Wie kommt man zu dir? Zu mir. Ganz einfach. Und dieses leuchtende Teil, wo die ganzen Fackeln sind dahin. Das sehe ich sogar von dir. Komm ich mal bitte entgegen. Digga, was hol ich dir? Also ich bin Reagan nicht mehr. Warte, mit dir im Skype! Hm, was ist? Nein, nicht ihr. Die aus der alten Gruppe, oder? Die alte Gruppe. Ne, ne. Ich hab jetzt erstmal meine... Ich bin noch auf der 1.8. Ich hab jetzt erstmal was in meine eine Hand gelegt und in die andere eine Spitzhacke. Das erste Mal. Ich nutze das irgendwie gerade gar nicht. Fällt mir auch mal gar nicht. Achso, stimmt. Ich auch nicht. Ich schock eigentlich immer nur 1.8. Ja, ich auch. Eigentlich. Ja. Bist du ungewohnt. Alter, dein Weg ist so weit oben. Mein? Aber unser ist noch weiter oben. Das ist vor allem dann nur noch ein Hunger, weil den hat echt schwer, aber du hast schon einen ausgeschütterten Weg. Das ist der Vorteil. Ja, ich bin noch lange nicht fertig, Digga. Mit dem Weg. Ich werd heute nie fertig damit. Ich glaube, ich bin gleich mal fertig mit dem Weg. Ja. Ich hab den. Nice. Baust du hier dann? Ja, baust du wahrscheinlich. Ich verliere jetzt Leben. Darf ich bitte? Ja, kannst du ja raus. Schau mal die Äpfel raus. Ja. Kannst du ja auch dieses Fleisch rausnehmen? Im Ofen sollte noch Cola drin. Kohle drin sein. Ich wollte Cola sagen. Cola. Meinst du was? Okay, ich braz. Ja, Cola ist noch drin. Janimo! Man, ich hab schon wieder Fleisch gefunden. Wir brauchen mal nochmal Zucker rum. Alter, ich werd die ganze Zeit zurückgepackt scheiße. Ey! Ich seh dich. Du bist runtergesprungen. Ja, hab dich gesehen. Wie hat er in der Luft rumgebackt? Hab ich die ganze Zeit drin? Nein, ich hab dich nur gesehen. Ich bin ja grad bei der Base von ab. Schweinchen dick und fern. Ah, hier unten ist mein Staff. Mein ganzer Staff. Boah, eigentlich. Und der Weg ist auch schon... Ich hör, Kaffee Dose regt sich gerade innerlich auf, weil wir einfach ohne ihn angefangen haben. Wer? Ja. Kaffee Dose regt sich bestimmt so innerlich auf, dass wir einfach ohne ihn angefangen haben. Ja, aber ich wollte es. Ist aber der Server von Pixlady. Na eben. Ähm, kann ich mir was von deinem Fleisch mitnehmen? Du hast doch da oben Kühe, oder? Nein. Also ich kann mir alles mitnehmen. Ja, ich stürte grad Schweine und so. Ich hab dann eh gleich wieder Fleisch. Ich hab schon wieder drei Fleisch und elf. Okay, dann nehm ich mir alles mit. Also drei Schweine und elf. Also Jan, wenn du zurückkommst, ist der Weg vielleicht schon fertig. Unsere Folge ist auch schon wieder in zwei Minuten zu Ende. Mann, die Folgen vergehen richtig schnell hier, Susi. Oh shit, es wird Nacht. Willkommen, kommt voran. Wir sollten vielleicht als nächstes mal eine XXL-Folge machen. So als Special. XXL-Folge? Ah, nein. Wir können ja mal zusammen live streamen irgendwann machen, aber. Am Wochenende irgendwann. Ah, boh. Weil ich falle jetzt auch nicht. Ja, nach Entfernung. Weil ich falle jetzt im Urlaub, ihr seid dann auch weg. Der ist vorhin die ganze Zeit mit der neue Kühe. Ich muss erstmal zurückstellen, weil ich hab... Ich hab keine Rüste und gar nichts. Oh, es wird dunkel. Äh, wo endet denn der Weg? Wir sind aus Cobblestone, aber wir machen den irgendwann nochmal schön. Wir sind jetzt auch in den ersten Folgen noch, ne? Deswegen... Wir haben erst drei oder vier Folgen schon. Keine Ahnung. Drei, 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 drei. Ich brauch unbedingt eine Skelle. Wir nehmen ja am Stück aufgeraßen die ganze Zeit. Ja, ich weiß. Der Weg ist fertig, Janis. Äh, wo ist der der? Nein, Creeper. An unserer U-Bahn. No, no. Oh, wenn der zündet. Der ist aber gezündet, aber weiter weg von der U-Bahn. Ich bin schon wieder gestorben, Digga. Soll ich eher zu deinem Weg? Ja. No, was machen die Wolfen? Scheiße, fass. Schillen drauf. Bist du immer... Achso. Da oben sind ganz viele Villager-Zombies. Hä, das heißt also, dass... Hä, warum ist in der Nähe eigentlich kein Dorf? Eigentlich müsste das doch bedeuten, dass in der Nähe ein Dorf sein muss, oder? Das ist unbedeutend. Das bedeutet nichts. Aber das Gute ist dann, dann können wir immer so viele zähmen später. Digga! Was können wir dann spielen? Boah, hier ist einfach eine ganze Horde, ne? Bei mir auch. Ey, ich bin hinter dir. Ich hab ein Schwert. Ich hab auch ein bisschen Essen. Dann verteidig dich mal bitte. Dann verteidig dich mal bitte. Nein, 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 nein. Töte mal eben die Sofis hier. Ich töte sie nicht. Ich verteidige sie nur. Ja, okay, da, ich töte sie. Holy crap, Junge. Hab ein. Ja. Der andere tötet mich gleich. So. Ich mach das gleich fertig, ja? Kannst einfach mal mit Händen gehen, oder nicht? Äh, ich bekomm gerade schlecht. Ey, mein Eis tut nicht jetzt. Du bist jetzt erwachsen. Ist du gerade ersthaft runtergefallen? Ja, ich baue... Nein, lass mich mal bauen. Der ist jetzt aus Cobblestone, aber Hauptsache wir kommen jetzt hier erstmal hoch. Ja, ja, ja. Das dauert zwar im Moment noch nicht lange, aber wir bauen ja irgendwie noch einen Aufzug. Okay, ich würd sagen, wir beenden jetzt mal kurz die Folge. Aufzug? Das kostet aber richtig viel. Boah, das stimmt, die ist auch jetzt zum Ende. Leute, Leute. Wenn euch die heutige Folge... Ich bin auch runtergefallen. Ich hab nur gesehen, wie du so runtergefallen hast. Leute, wenn euch die heutige Folge Minecrafts angefallen hat, dann lasst eine positive Werbung da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.